Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will das Recht auf Arbeit von zu Hause aus, das sogenannte Homeoffice, per Gesetz verankert. Die Wirtschaft werde etwa durch die Erfahrungen des Homeoffice nach der Pandemie nicht mehr dieselbe sein wie zuvor, so der Minister. Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll auch nach der Corona-Epidemie im Homeoffice arbeiten können, sagte Heil der Bild-Zeitung. Man dürfe entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage in der Woche. Geschätzt arbeiten durch die Corona-Krise bis zu 25 Prozent mehr zu Hause. Wirtschaft und Gewerkschaften sehen den Vorschlag allerdings kritisch. Wirtschaft und Gewerkschaften sehen den Vorschlag.